So, Oli. Ja, pssst. Hey, meine Rabauki. Herzlich willkommen zu einem neuen Leistung. Wir sind hier heute in Wreck-Room und heute nicht alleine. Hallo, Herr Fettzack. Hallo. Erstmal muss ich meine Wut an die Augen lassen. Dich, dich, dich. Komm her. Komm, wir gehen mal jetzt hier raus. Komm, oder warte mal. Können wir hier Paintball oder so spielen? Jetzt habe ich ja im Trailer gesehen. Dieses Spiel ist neu. Ich kenne mich nicht damit aus. Tschüss. Hier ist was zu trinken. Guck mal. Hey. Ich trinke wieder. Gluck, 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 gluck. Dieses Spiel ist so witzig. Warte mal. Komm her. Hast du da gerade gefurzt? Du furzt in mein Zimmer. Schäm dich. Ja, Mann. So. Wie kann er was trinken? Hey, hast du mir gerade eine reingehauen? Hast du gerade eine reingehauen? Nein. Hallo. Hallo. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm, wir gehen hier raus. Was steht da? This room has ever been. Soll ich einfach mitmachen? Ja, ne? Warte mal. Dennis? Warte mal. Was heißt das jetzt? Sind wir rausgeflogen? Das wäre ja lahm. Das wäre jetzt scheiße. Hallo, Dennis? 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 Ah, wir gehen. Wir gehen. Er können wir nicht. Oh. Ja gut, ne? Ich bin gleich wieder, ich bin gleich, 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 dennis kommt Party, dennis kommt Party, dennis ist, Alter, hab ich gerade verlassen, ohne dich, ich bin gleich wieder, okay, dann müssen wir so spielen über das andere Dingsabonster, ne, dennis, bis gleich, bis gleich, bis gleich. Dingsabonster Hallo? Dingsabonster 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein. Kommt zum Raum rein? Ähm, Oliver, äh, können wir... Der Saschen hat auch, äh... Crack Room. Ja. Aber ich hab mich mit ihm gestritten. Ähm, okay, dann gehen wir jetzt wieder Spieltag. Bis gleich, Dennis. Ja. So, ich kenne mich mit diesem Spiel gar nicht aus, Leute. Also, mein völliger Ernst. Kannst du dich damit aus? Ja, ne? Was? Ich glaub, du kannst dich damit aus, ne? Ja, hier ist auch Instagram. Guck mal. Ja, weißt du, was ich jetzt mit dir mache? Guck mal. Das kommt alles im Mülleimer. Ey? So, alles im Mülleimer rein. Ähm, so. Hm. Was? Hier steht Polizei. Darf ich mal das drücken? Ja. Was steht da? Oh. Dann wird sich da eine... Was soll ich drücken? Was soll ich drücken? Ich will was spielen. Ich will was spielen. Ich will was mit dir spielen, Dennis. Gibt es hier so Mini-Games? Ja. Wo denn? Warte. Warte. Ach so, darüber, ne? Wo soll ich raufgehen? Play, ne? Auf Play, ne? Ja. Glaube ich. Hast du das verlassen? Nein. 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 Ich will... Ich will gegen dir kämpfen, so. Kann man das denn zu zweit spielen, das kämpfen? Ja. Ähm. Worauf muss man gehen? Auf Play? Ruf mich an. So. Pan-Ball steht hier, richtig, ne? Kann man das alleine spielen? Private Mode, ne? Äh. Ich nehme einfach mal... Hallo, Isabel. Ich spiele mein Kumpel gerade in Wreck-Room. Ne? Also, ich weiß gerade nicht. Hä? Deniz? Äh. Hallo, Deniz? Oh, nicht schön wieder das. Ich bin froh. Ja. Und wieder Party starten mit ihnen. Mann, ich weiß halt gar nicht, wie das Game geht. Dennis, ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll. Ja. Warte. Ähm, ähm, frag mal alle, wer hat das Spiel? Es guckt niemand zu. Warte mal, was muss ich jetzt für machen? Dennis, weil ich muss doch eine Übung machen. Ja. Weißt du, was ich machen muss? Nein. Aber Aquila hat das. So, Start. Ja, ich muss dich ja dann irgendwie einladen. Wie kann ich dich dann einladen, Dennis? Geh mal auf mein Name. So. Äh, ach so, dass du joinen darfst. Ja. Du darfst joinen. Ne, jetzt bin ich ja dir gejoint. Dennis, dann bin ich ja dir jetzt gejoint. Hast du? Hast du? Hast du? Äh. Guck, Dennis, ich bin ja jetzt dir gejoint. Äh, ein Geschenk für dich. Ach so, das ist meins? Das ist doch, das ist, das ist, das ist meins Zimmer? Nein, mein Zimmer eigentlich ist, aber das war dein Geschenk. Ich will in meinen Raum zurück. Tschüss. Kann man was an seinem Raum erändern? Äh. Ich will in meinen Raum. Wie kann ich in meinen Raum wieder? Oder war? Du bist, äh. Ich bin jetzt mit dir bei dir in den Raum. Hä? Du bist in meinen Raum? Ja. Hä? Ich trau, dass ich zu meinem eigenen Raum nicht kann. Hä? Hä? Wo soll ich rauf gehen? Warte. Auf. Äh, Oliver, ich hatte eine Anfrage geschickt bei dir. Guck mal bitte. Warte mal, wenn man jetzt Pengpo zusammen spielen will. Weil man will ja jetzt auch nicht nur die ganze Zeit im Raum reinsitzen, ne? Äh. Jetzt müssen wir mal mit mehreren so spielen, so Pengpo oder so. Aber mit mehreren macht das Spaß, ne? Zu zweit ist es ja easy. So, ich werde zu meinem eigenen Haus gehen. Ich bin... Ich bin... Ich bin wohin gespornt. Sollte ich in meinen Raum einladen? Ja. Ja. Willst du mit mir später Videoanruf machen? Ja. Hm. 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 So. Messenger. Wie kann ich dich zu meinem Haus verändern? So bestimmt, ne? Kann ich... Hab ich dich jetzt in mein Haus eingeladen? Hm. Nein. Kannst du mal bitte eine Anfrage schicken? So. Habt ihr eine Anfrage geschickt, ne? Hm. Hm. Nein. Warte mal. Scheiße. Was? Ich hat... Äh... Oh, weil ich halt auch erst sehen rot gemacht. Wie heißt das rot? Warte mal. Das heißt abgelehnt. Olli? Warte, ich kann mich ja noch machen, ne? Hab ich dich eingeladen, ne? Ja. 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 Äh. Birst du mit mir jetzt spielen? Jetzt. Ohlilal. Ja, aber ich weiß nicht wie. Du da. Du bist genau hässlich. Du da am Spiegel. Du bist hässlich. Du da am Spiegel. Du bist hässlich. Du bist hässlich. Komm her! Oh scheiße, jetzt bin ich rausgegangen. Mann, ich mach ganz an den selben Fehler. Die haben da halt alles auf Engel stehen. Ja. Du bist jetzt noch in meinem Raum, ne? Ja. Ja. Winke, winke, winke. Oh yeah, 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 oh yeah. Und dann geht's los. Oh la mala, äntchen, sind wir auf dem See, sind wir auf dem See, sind wir auf dem See, sind wir im Diebe. Äh. Ey, Walla, ich sag dir nur eins. Vor uns geht's mein Cousin, ne? Ehrlich? Ja, ja, und wenn du, wenn du, wenn du scammst, ne? Ja, hallo. Ich scamm, er macht ein Video gegen dich. Ich scamm, er macht ein Video gegen dich. Okay? Ey, bevor ich da reingehe, immer so bau das. Walla. Ja, hier, ne? Okay, hab ich mir ganz schön. Okay. Hm, was ist bloß denn? Also ich brauch mal ein Heet und ein Robuste. Hallo Dennis! Hey, was fessst du mit Jan? Wie machst du das? Bravo, Junge. Oh, du mal. Gib mal High Five. So, was kann man jetzt hier so zusammen spielen? Du musst erstmal mit, äh... Was muss ich erstmal? Hallo? Äh, warte. Was muss ich? Was muss ich? Äh... Hä? Wo bist du, Oli? Ich bin doch da, wieso? Ich bin doch da, wieso? Was hast du da gemacht? Ich bin doch, was die... Denn ich will was mit dir zusammen machen. Aber was kann ich mit dir zusammen machen? Äh, keine Ahnung. Einmal, ich muss auch... Muss ich... so bagel So, Pan-Bowl, was soll ich jetzt machen? Na, wie soll ich dich einladen? Soll ich auf Privatmodus gehen? Ja, und dann? Bist du mitgekommen? Nein. Hä? Ja, so sieht man, ich hab keine Ahnung von diesem Spiel. Was Mädels denken, was Jungs beim Zocken für Musik hören. Das kann doch nicht wahr sein. Warte mal, ich muss jetzt in Menü gehen und dich einladen, ne? Ja. So, ich geh jetzt in Menü und lad dich ein. Na? Ja. Okay. So, hab ich eingeladen. Kommst du rein? Ja. Wo kann man sehen, wo kann man sehen, wie viel Geld man hat? Null. Wo sieht man das? Okay, soll ich starten? Komm, wir starten. Okay, soll ich starten? Komm, wir starten. Game starten. Dennis, ich komm mit auf dem Auto. Komm mal, Dennis, ich werde gleich gegen die Fighten. Dennis, wir werden gleich gegeneinander finden. Oh, Dennis, wir fighten jetzt gegeneinander. Wie heißt das? Pan-Bowl. Du bist safe gut hier, oder? Ja. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Warte. Oliver, sag mal piep. Piep. Wo bist du denn? Einfach überraschend. Nein. Wo bist du? Bist du das? Nein, wo bist du? Ich komme. Kann man hier auch mit Auto fahren? Nein. Besuch mal einmal. Ich weiß halt wirklich nicht, wo du bist. Hast du gehört? Nein. Ich komme. 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 Wo kann man die Karte... Oli, du sagst! Haha, scheiß auf was. Geht's jetzt noch los? Geht's jetzt noch einmal los? Ja... Oh, ich habe jetzt eine Doppelwaffe! Dennis, ich habe jetzt eine Doppelwaffe. Wo bist du? Äh... Weiß ich nicht. Trust du mich? Woa... Äh! Nein, du bist sehr gut, Oli! Nein, ich hab das geklappt! Will sein! Bist du noch live, Oli? Ja, aber nicht! Okay! Warte! 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 Hat geschrieben einer Namen! Wer heißt die? Wer weiß nicht, wo ich wurde? Äh! Weiß nicht, wo ich wäre! Äh! Weiß nicht, wo ist! Weiß nicht, wo ist! Äh! Weiß nicht, wo ist! Weiß ich nix? Sag doch einfach mal! Ich will... äh... lecker... Brürger! Mhh... Brürger? Ja... Gibt es noch nicht da... Scheiß Opfer! Hä? Was ist mit mir? Ich müsse auch ein Tuch machen! Hat sie vergessen! Mhh... lecker Burger! Guten Tag! Wo isst denn du die Pumpkin her? He he he! Hast du die gefunden? Ja... Der ist einfach Pumpgun! Ey! Alter! 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 Wo hast du die Minigun her, Dennis? Dennis, bleib mal beim Burgerladen, okay? Ja, okay! Alter, wo hast du das her auf einmal? Wo findest du die... Bekommst du die Waffen einfach so? Ja... Mhh... Er bekommt einfach einen Minigun! He 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 he! Leute, sag mal, das ist unfair, ne? Das ist sowas von unfair! Nein! Ey, Mann! Dennis, das reicht irgendwann! Mann! Ja, sorry! Aber ich bin einfach... Oh! Nein! So, so, so... Willst du auch... So... Willst du auch, äh... mich töten? Nö! Uh... Uh... Oh! Red flag, take it! Yeah! Red flag, verloren! Oh, well, hey? I feel that, elf! Red Flag Returned Red Flag Taken Red Flag Dropped Red Flag Returned . Red Flag Red Flag Red Flag Red Flag Red Flag Ja. Äh, hallo. Ich komme, ich komme, das ist dein. Hau, hau, hau. Ali, du Sack. Äh, nein, du bist nicht ein Sack. Du bist ein super Kerl. Ich dachte, das ist eine Scheiße. Oliver hat das frischge Kunde geladet. Mhm. Ich dachte, das ist eine Scheiße. Nein! Ach komm, leck mich am Arsch. Try game. Fick dich zu holen. Fick dich zu holen. Ah, wir haben 200 Dollar verdient. Ja. Ähm, Oliver. Ich mag dich. Wir haben Kuchen bekommen. Mein Charakter ist Mut und der geht zurück zum Raum. Wir müssen jetzt beide in einem Bett schlafen, ne? Guter Morgen, Guter Morgen, Guter Morgen, Sonnenschein, diese Nacht ist dir geboren und du darfst ne Stau sein. Ich dachte, das ist scheiße. Guten Morgen, Herr Ulrichlein. Guten Morgen, Herr Ulrichlein. Ja? Ich hab dein, ich hab dein Paket bekommen. Ich hab dein Paket bekommen. Was ist da drin? Bei mir ist ne Torte. Bei mir ist ne Torte drin. Ich hab schon wieder im Paket. Ich hab ne Torte. Ich hab auch schon wieder im Paket. Warte mal, was ist jetzt? Wo ist jetzt unsere Torte? Wo ist jetzt unsere Torte? Wo ist jetzt unsere Torte? Oh! Ich hab was, glaubst. Ich hab das. Das ist ja. Ja. . Ich hab das. Bist du da, Dennis? Hallo, Papi! Okay, wollen wir was anderes spielen, Dennis? Ja. Was denn? Was gibt es noch kostenloses? Freitag. Nein, noch kostenloses. Dennis, was wollen wir jetzt anderes spielen? Also was ist kostenloses? Dennis, was wollen wir spielen? Also was gibt es noch kostenloses? Ja. 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 gibt es kostenlos als spiel dann ist das könnte es noch zu geben Fortnite geht ja einfach so umzuspielen. Was wollen wir von den Spielen? Fortnite. Na ja ok Leute, dann sehen wir uns gleich wieder an Fortnite.